Na, seid ihr noch fit? Ja, schon ein bisschen müde, oder? Ich war auch ziemlich müde. Also gestern nach dem Sommerfest, was ich sehr genossen habe, eine gute Zeit gehabt, aber ich habe mir einen Sonnenstich abgeholt, war dann richtig schlapp, bin gleich nach Hause, gleich ins Bett. Und wollen wir vielleicht ein bisschen die Fenster öffnen? Ich glaube, es ist ein bisschen stickig hier drin. Kann das sein? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, vielen Dank, dass wir ein bisschen jetzt hier beim Input noch ein bisschen mitdenken können, mitfühlen können. Ja, ich war auch sehr, sehr, sehr dankbar für gestern. Ich war froh einfach, dass wir wirklich so, ich habe das Gefühl, so eine neue Stufe erreicht haben, wo wir als Gemeinde, ich meine, wir waren, glaube ich, gestern mehr Gemeindefremde als gemeindeinterne Menschen bei dem Sommerfest. Und das war sehr schön. Und ich fand auch diese Herausforderung auch gut. Das sind Menschen, wie rede ich mit denen, wie gehe ich auf die zu und so. Ich habe auch ein paar gute Gespräche gehabt. Und auch nicht nur mit externen Leuten, aber auch intern auch. Das war schön, einfach wieder zu connecten, Gemeinschaft zu haben. Ich bin auch wirklich dankbar für all die, die da angepackt haben, mit organisiert haben. Ihr seid einfach klasse. Also ihr habt meinen vollen Respekt, dass ihr das gemacht habt. Und auch noch so kurzzeitig ihr es durchgepusht habt. Wir haben das einen Monat vor diesem Sommerfest entschieden. Und auch alle, die auch dann gegangen sind, Werbung verteilt haben. Online auch. Wo ist die Jessica? Mal Hand hoch. Ist sie hier? Wo ist sie? Ja, genau. Also unser Online-Spezialist. Also wenn ihr was habt, müsst ihr zu ihr hingehen. Ich weiß nicht genau, wie sie das macht, aber sie verteilt die Botschaft. Also ist unsere beste Verkündigerin gerade außerhalb. Also sehr schön. Aber auch Flyer auch und so. Ein paar Leute haben sich eine Bratwurst umsatz abgeholt. Dann gab es auch Fragen, was ist das für eine Kirche auch und so. Und dann war es der Unterschied zwischen einer Freikirche und einer Landeskirche oder einer katholischen Kirche. Also es gab schon wirklich gute Gespräche, wo man Dinge erklären konnte. Ich bin sehr dankbar dafür. Und das kann man durch, wir haben auch demnächst wieder eine gute Gelegenheit. Im September haben wir ein Stadtfest. Das ist nochmal eine ganz andere Situation dort. Es ist auch sehr herausfordernd, sehr spannend. Und da hoffe ich auch, dass wir da auch sehr gut mitmischen werden, um mit Leuten einfach in Berührung zu kommen und zu lernen, wie man mit ihnen redet, wie man Gemeinschaft haben kann und wie man die Liebe Gottes ausdrücken kann. Sehr schön. Ich möchte heute noch einmal Matthäus Kapitel 11 anschneiden. Und dann, wir werden das lesen. Ich werde wirklich ein paar kurze Sachen darüber sagen. Dann werden wir das Ding nehmen, zur Seite packen, im Hinterkopf behalten. Dann kommt ein ganz anderes Thema, was euch komplett verwirren wird. Ihr werdet euch fragen, was hat das bloß mit Matthäus Kapitel 11 zu tun? Aber ich hoffe, am Ende wird das wieder klar werden. So und deshalb nochmal Matthäus Kapitel 11. Ich bin nicht dazu gekommen, eine PowerPoint vorzubereiten. Deshalb nehmt eure Handys raus, eure Bibeln raus. Schaut nach und dann also Matthäus Kapitel 11. Wir haben das letzte Mal oder in meiner letzten Predigt, habe ich davon erzählt, wie Johannes, der der größte Held überhaupt ist oder der größte Prophet, der größte Mensch, der von einer Frau geboren wurde, laut dem, was Matthäus gesagt hatte, wie er dann ins Gefängnis gekommen ist und wie er harte Zweifel bekommen hat und wie wir das sehen konnten, dass das dem Besten unter uns passieren kann. Also vor Zweifeln ist keiner gefeit, keiner geschützt. Es ist etwas, was da ist. Wir müssen alle damit klarkommen und da haben wir darüber ein bisschen geredet, wie man das machen kann und so weiter. Und da in dieser Stelle hat Matthäus noch andere Dinge gesagt. Da hat auch Ari schon einmal kurz auch darüber gesprochen. Aber ich möchte mal kurz vorlesen. Matthäus 11, ab Vers 16. So, da ging es ja um Johannes und so weiter und so fort. Und jetzt regt sich Jesus ein bisschen auf. Er sagt da Folgendes. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation nur vergleichen? Also er spricht zu den Juden vor 2000 Jahren und spricht zu denen und spricht zu dieser Nation, zu den Menschen, die da sind. Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt herumsitzen und sich gegenseitig zurufen. Mit der Flöte haben wir euch aufgespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Klagelieder haben wir gesungen, aber ihr habt nichts dergleichen getan. Ich übersetze kurz, was es hier bedeutet. Also ich war letztens bei den Halles zu Besuch und dann wurde kurz Musik angemacht und die kleine Michaela, die hier mal so rumläuft, die Süße, die hat einmal kurz diesen Knicker gemacht. Kennt ihr das von den Kindern? Du machst Musik an, da ist ein bisschen Rhythmus drin. Und die haben das nirgendwo einstudiert, aber die stehen da und machen plötzlich einen auf den. Also die reagieren zu dem Beat, zu der Musik. Das haben wir heute bei der afrikanischen Gemeinde gesehen und wie es bei uns manchmal zugeht. Still, anders und so weiter und so fort. Kinder reagieren so darauf. Und hier heißt es, hier hat also jemand mit der Flöte gespielt und hier hat keiner getanzt. Also es gab kein Feedback, es gab keine Reaktion. Genauso auch Klagelieder. Ja, es wurden traurige Lieder gesungen oder man hat geklagt, man hat geweint, wie auch immer. Und keiner hat mitgeweint. Es gab keine Reaktion. Das ist genauso wie auf einer Beerdigung sein, wo du Menschen hast, die geliebte Menschen hast und dann da ist jemand, da sind alle am Weinen und das packt dich einfach gar nicht. Du bist total wie ein Stein. Keine Reaktion. Und das stört Jesus hier. Und dann erklärt er auch, was genau entstört, dann sagen die hier im Vers 18. Denn als Johannes, der Täufer, kam, der häufig fassete und kein Wein trank, also ein sehr abstinentes Leben geführte, ein besonderes Gott hingegebenes Leben führte, sagten sie über ihn, die Gelehrten, die Theologen, die Pastoren und die Priester, wie auch immer, er hat einen Dämon. Das heißt, ihre Reaktion war nicht, dass sie nach der Flöte gespielt haben, sondern im Gegenteil, sie haben eine negative Reaktion gehabt. Sie haben es komplett abgeblockt. Anstatt es wie von Gott anzunehmen, haben sie es blockiert und sogar als böse verurteilt. Damit waren sie in Gefahr. Vers 19. Als der Menschensohn kam, also Jesus, der ganz normal ist, im Kontrast zu Johannes und trinkt, also trinkt heißt auch Wein trinken, sagt ihr, seht, was für ein Schlemmer, also ein Fresser, ja, das ist der, der immer ankommt und der, 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 der macht die Bude ja, ne, der Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Und doch bestätigt sich Weisheit Gottes durch das, was sie bewirken. Also die Menschen reagieren weder auf Johannes nicht, noch reagieren sie auf Jesus auf eine Art und Weise, wie es, wie es Gott eigentlich haben wollte. Sie reagieren nicht auf die Musik, die von Gott kommt. Und dann in Vers 20 macht er Folgendes. Dann begann Jesus den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hat, wo er am meisten auf der Flöte gespielt hat, wo er am meisten Klagelieder gesungen hat. In diesen Städten, dann fing er an, ihnen etwas vorzuwerfen, dass sie ihre Einstellung nicht geändert hatten. Also in Altdeutsch, dass sie nicht Buße getan haben von ihren Sünden, dass sie nicht umgekehrt sind, sondern dass sie ihre Ohren zugemacht haben, dass sie nicht auf die Musik Gottes reagiert haben, sondern sie im Gegenteil sogar eine Antireaktion erzeugt haben, gesagt haben, das ist ein Dämon und so weiter und so fort. Und jetzt etwas, was Jesus bestimmt schwerfällt und sein Herz auch zerreißt. In Vers 21 heißt es hier, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wenn in Tyrus, Onesidon diese Wunder geschehen wären, die unter euch gerade geschehen sind. Sie hätten längst ihre Einstellung getan. Sie hätten längst Buße getan. Eine Umkehr von ihren Sünden. Einen Trauersack angezogen. Sie hätten sich Asche auf den Kopf gestreut und vor Gott geheult, sagt Gott, vergib uns unsere Schuld und unsere Sünde. 22. Doch Tyrus und Onesidon wird es im Gericht erträglicher gehen als euch. Und du, Kafanaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? Ins Totenreich wirst du gestürzt, wenn in Sodom, diese furchtbare Stadt, von der wir immer hören, Sodomi, Sodom und so weiter, wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen wird, es wird heute noch stehen. Das heißt, es passiert sowas Großes gerade unter ihnen. Sie sind privilegiert, das zu erleben. Wenn Sodom das Gleiche erlebt hätte. Aber es gibt keine Reaktion. Es gibt eine Antireaktion sogar gegen das, was Jesus tut. Und diese Verse haben in mir was ausgelöst, plus dem Hauskreis, in dem wir gerade unterwegs sind, diese Dinge, die wir da gehört haben, gelesen haben und ich habe da eine Botschaft bekommen für uns, die uns einfach bewegen soll, ermutigen soll und auch korrigieren soll, verändern soll. Genauso wie hier unsere Einstellung verändern soll. Vers 24, ich sage euch, es wird Sodom am Tag des Gerichts erträglicher gehen als dir. Also, Jesus ist frustriert, dass keine Reaktion kommt, zusammengefasst. Nehmt diesen Text, packt ihn gerade in die Box hinein, aber nicht ganz so weit weg und jetzt machen wir was komplett anderes und ihr denkt, what, wie kommt der jetzt darauf? Ich möchte heute mit euch über Kain reden. Ich möchte gerne heute über den Stammbau reden von Kain und ich möchte heute gerne über den Stammbau reden von Seth. Kain war ja, ich hoffe, wer das noch nicht weiß, ihr müsst es nachlesen oder später auf mich zukommen und dann werde ich euch diese Fragen beantworten. Wer diese ganzen Geschichten nicht kennt, weil ihr müsst heute ein paar Geschichten kennen. Heute ist ein bisschen Bibelwissen vorausgesetzt. Wer nicht, versucht es trotzdem zu verstehen. Also, hier geht es um, wir haben in einem Hauskreis gelesen, wie Kain den Abel umgebracht hat und dann versucht Gott mit Kain zu reden und Kain geht weg von Gott. Kain ist frustriert über Gottes ungerechte Strafe, weil Kain jetzt den Brudermord begangen hat, dass der Erdboden um seines Willen verflucht ist und so weiter und so fort. Kain ist der erste Mensch, der aus der Gegenwart Gottes komplett herausgeht, verschwindet. Er geht in ein Land, das wird Not genannt, das heißt Heimatlosigkeit. Kain wird der erste Mensch, der heimatlos wird, weil er nicht mehr mit Gott, mit dem Schöpfer des Universums, der Schöpfer der Erde und der Menschheit zusammenlebt, sondern er ist getrennt jetzt von Gott und will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und dort werden zwei Stammbäume aufgezählt. Einmal der Stammbauch Kains und dann bekommt Adam und Eva, weil die jetzt sozusagen ihren Sohn verloren haben und der eine ist weggegangen, bekommen sie noch einen Sohn, der heißt Set und aus diesem Set entsteht auch ein Stammbaum. Und jetzt, das ist vielleicht mal interessant oder mal zur Info und ich werde diese Stammbäume kurz im Kontrast setzen und dann daraus etwas vermitteln, was sehr, sehr interessant ist. Für mich persönlich war für mich ein Augenöffner, das habe ich früher so nie gesehen. Das war eine schöne Erkenntnis für mich persönlich. Wer will, kann es in Genesis Kapitel 4 nachlesen. Dort ist der Stammbauch Kains aufgelistet. Kain ging weg und das Erste, was Kain tat, er baute eine Stadt. Also er wurde innovativ, er baute eine Stadt. Er wollte nicht, dass die Menschen sich zerstreuen, sondern er wollte, dass die Menschen zusammenbleiben und fing eine Stadt zu bauen und zur Ehre seines Sohnes. Da kommt noch diese Kultur her, also Städtebaukultur und dann aber auch diese Kultur für seinen Sohn zu leben, denn er ist geboren, denn er benannte diese Stadt nach seinem erstgeborenen Henoch. Kennen wir, ist bekannt für uns alle. Und dann einer von denen, also aus der Linie von Kain, denn irgendwann kommt der, das war der Jabal und der Jabal, das war der, der wird genannt auch Vater derer, der in Zelten wohnte. Das ist der, der sich ums Vieh kümmerte. Also das waren die Nomaden, die umherzogen, die vier hatten. Also das war, da ist diese Kultur heraus entstanden und dann später von dem Jubal, der dann auch gekommen ist, das war der, der dann die Harfe erfunden hat und die Flöte erfunden hat und da kam, kommt diese, diese Kultur der Musik her, die wir auch in der Welt sehr stark haben, überall, ja, so Musik und, und dieses, in der Musik und man sich selbst tröstet eigentlich, ne, also man ist Nomade, man ist unterwegs und spielt man ein bisschen Musik und das tröstet das Herz. Das ist in der Welt auch da, diese Kultur, diese Musikkultur, schon damals in der Entstehung vor der Sinnflut übrigens, sind diese Dinge entstanden. Und dann kommt der nächste, Tubal Kain. Und Tubal Kain, das war der Typ, der, es steht hier, Meister aller Erz- und Eisenkünste. Das heißt, das war der Typ, der dann irgendwie Erze gefunden hat und herausgefunden hat, wie man das verarbeiten kann und daraus Eisen schmieden kann, vielleicht Messer schmieden kann, Waffen schmieden kann, wie auch immer und so weiter. Und er ist sozusagen der Ursprung dieser, dieser, dieser Kultur. Und dann gab es noch einen Kerl, den habe ich jetzt hier nicht gelistet, das war der Lahmmech, das war der Beste sowieso. Das war der Kerl, der sagte, eine Frau ist mir nicht genug, ich nehme mir zwei. Ja, und dann sagt er noch Folgendes und dann hat er, ein kleiner Knabe kam vorbei, hat ihm eine kleine Striebe verpasst und dann sagt er, und hat er den umgebracht. Und dann hat er gesagt, wenn Kain schon siebenfach gerecht werden wird, dann werde ich siebenmal siebzig gerecht werden oder siebzigmal siebenmal gerecht werden, wie auch immer. Das war seine Reaktion, das war ein brutaler Mann, also Brutalität, diese Linie von Kain hat sich weiter fortgesetzt. Und ich denke, es ist so interessant, was die Menschen doch alles tun, wenn sie nicht mehr mit Gott unterwegs sind. Wie kreativ, innovativ sie werden und das sind ja auch nicht unbedingt schlechte Sachen. Musik und Kunst schön, Vielhaltung, Überleben fördern ist gut, Städtebau, dass man da, also wenn man dann mal schöne Städte gesehen hat, krass, also das ist auch faszinierend, Metallverarbeitung und wir können das weiter stricken, wir können das weiter stricken. JGPT, Künstliche Intelligenz und Google und iPhone und was weiß ich, Dinge, die wir auch alle nutzen. Aber die Ursprungslinie, eigentlich davon kam aus dem Stammbau Kainz. Und jetzt gehe ich mal rüber zu dem Stammbau von Set. Und das ist auch mal interessant, könnt ihr auch nachlesen, auch Genesis 4, Kapitel 3, Kapitel 5 könnt ihr nochmal danach lesen. Da heißt es, sehr spannend, also die, 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 da steht nur Folgendes drin, sie lebten, sie zeugten, sie lebten, sie zeugten, sie lebten und zeugten. Das heißt, sie vermehren sich wie die kleinen Kanickel, so gefühlt, so wie man das so von den Frommen so ein bisschen kennt. Die haben aber fünf Kinder, sechs, sieben, zehn Kinder, 14 Kinder und so ungefähr waren sie auch drauf. Und man, man, und diese Menschen, die diese Städte entwickeln und, 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 die verurteilen das. Guck mal wie, das ist ja niedriges Leben, das ist ja asozial. Merkt ihr das, dass das bis heute auch noch ein Konflikt ist? Dass es in der Welt auch immer diese Zuspitzung gibt eigentlich? Aber eigentlich machen das die Menschen richtig, denn Gott gab ihnen zwei Segen, seid furchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Sie vermehrten sich, sie beschäftigten sich mit dem Leben, mit dem Leben, mit der Nachkommenschaft und jeder, der, der dieses Geheimnis von Kindern und so weiter entdeckt hat und verstanden hat, der wird sehen, dass es gibt nichts Schöneres eigentlich als, als diese kleinen Wesen groß werden zu sehen, sich entwickeln zu sehen. Das ist faszinierend. Genauso auch, wenn Menschen zum Glauben kommen, neue Babys zum Glauben werden. Das ist faszinierend. Das ist schön. Das bewegt unsere Herzen, wenn Menschen Storys mit Gott haben. Auf jeden Fall finden wir hier eine ganz interessante Geschichte. Schon Kapitel 4 und hier möchte ich ein paar Verse nennen. Da könnt ihr es auch mitlesen. In Genesis Kapitel 4 heißt es, in Vers 26, auch Seth wurde ein Sohn geboren. Enosh, ein sterblicher Mensch, nannte er ihn. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also Seth bekam einen Sohn. Seth war der, der nachdem Abel gekillt worden ist. Das war sozusagen der Trost für Abel, der dann gekommen ist als nächster Sohn. Und der hatte einen Sohn und er nannte diesen Sohn Enosh, heißt Mensch, heißt Hinfälligkeit, heißt Sterblichkeit, Vergänglichkeit. Und das ist das Erste, was wir in diesem Stammbau von diesen, die sich vermehren, wiederfinden. Das Erste, was sie wiederfinden, sie haben realisiert, unser Leben ist sterblich. Wir sind vergänglich. Unser Leben ist hinfällig. Das ist für die die Erkenntnis gewesen, obwohl sie 800, 900 Jahre, 700 Jahre gelebt haben. Zu der Zeit haben sie erkannt, unser Leben ist vergänglich. Und deshalb, sie fingen an, den Namen des Herrn anzurufen. Sie fingen mit der Anbetung an. Das war die Erfindung von diesen Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Sie haben es gelernt, Gott anzubeten. Sie haben den Gottesdienst geschaffen. Sie haben eine Form der Anbetung geschaffen. Sie fingen an, den Namen des Herrn anzurufen. Und neben dem, dass sie weiter Kinder gezeugt haben, kommt was Neues. In Kapitel 5, Vers 24, heißt es dann, da werden wieder aufgezählt und der zeugte den und den und den und den. Das ist sehr langweilig, als ich das erste Mal gelesen habe. Oh mein Gott, wer braucht das? Aber es steht in der Bibel drin und das ist schön, weil man die Details auch entdecken kann. Und heißt es dort in Vers 24, das heißt, erst lehnten sie, Gott anzubeten. Und dann gab es einen Typen und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hat ihn entrückt. Das heißt, hier in dem Stammbau finden wir noch einen Kerl und der wandelte das Wort. Und heute geht es um das Wort wandeln. Ja, also er wandelte mit Gott und man fand ihn nicht mehr. Das heißt, er wandelte mit Gott so sehr, dass Gott sagte, ey, du brauchst auf dieser Erde nicht mehr abhängen. Ey, du hast mein Herz so bewegt, so berührt. Ich nehme dich jetzt zu mir, ohne dass du sterben musst. Das ist eine krasse Story. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ja, und Gott hat ihn entrückt. Dann in Genesis Kapitel 6, auch in dem Stammbau von Zed, heißt es in Vers 8, Kapitel 6, Vers 8, aber nur von Gnade vor dem Herrn. Das war in der Zeit, wo die Erde von morgens bis abends, die Menschen waren böse, da war ein Mord und Totschlag. Und Gott reute es, dass er die Menschheit geschaffen hat. Er sah auf diese Erde und dachte so, mein Gott, was habe ich da geschaffen? Also ich, Gott, was habe ich da geschaffen? Und es reute ihn, dass er die Menschheit geschaffen hat. Und dann heißt es hier in Vers 9, Noah war aber ein gerechter oder ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte, wieder das Wort, er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Also Henoch, zu der Zeit, Henoch, sie beteten Gott an, sie riefen den Namen des Herrn an. Dann Henoch wandelt mit Gott so sehr, dass er weggenommen wird. Er sagt, Noah wandelt mit Gott und er rettet die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit wird vernichtet. Und dann spricht Gott zu Noah, dass er einen Kasten bauen soll, ein Schiff, eine Eiche und dadurch wird die ganze Menschheit gerettet. In Genesis Kapitel 17 und dann geht es weiter, weil hier wird es nur erwähnt. Henoch wandelte und die wissen gar nicht genau, was heißt wandelte. Und dann bei Noah auch, er wandelte mit Gott, aber was heißt wandelte? Und Abraham ist der erste, an dem Gott es beispielhaft durch die Schrift zeigt, was es bedeutet zu wandeln. Das ist mir so bewusst geworden. Der Fokus des Wandelns ist eigentlich in dem Stammbau von dem Set drin. Während der Fokus bei dem Kain auf Innovation, Entwicklung, sich selbst behaupten, überleben auf dieser Erde, jemand sein und so weiter und so fort. Das ist das, was bei dem Kain abgeht und bei den sozusagen Gläubigen, die mit Gott zusammen unterwegs sind, da siehst du nur leben, siehst du mit Gott wandeln, noch näher zusammen sein und so weiter und so fort. Das ist das, was in Sets Stammbau herauskommt. Und dann Abraham in Genesis Kapitel 17 spricht Gott zu Abraham und hört, was er sagt. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, keine 16, keine 17, 99 Jahre alt war, also unsere alten Geschwister, gebt nicht auf, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei untadelig. Noah wandelte mit Gott und war untadelig. Gott spricht zu Abraham, wandle vor mir und sei untadelig. In Genesis Kapitel 48, in Vers 15, das ist schon als der Jakob, da hatte den Josef gesegnet und sagte Folgendes, der Jakob, guck mal, was der Jakob hier sagte, also am Sterbebett sozusagen. Vers 15. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, welcher Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Welcher Gott, mit dem meine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind. Das Wort gewandelt, das kommt immer wieder vor und ich möchte sogar noch mal ein bisschen zuspitzen. Wenn wir das Neue Testament mal lesen, wo habe ich das denn jetzt hier, da heißt es in Galater 5, 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Diese Linie zieht sich durch, komplett von Anfang an der Schöpfung bis hin bis zum Ende, bis zu uns jetzt. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Galater 5, 16, ich sage aber, wandelt im Geist, ja, hier wird ein Versprechen geben, wie wir Sieg haben können über die Sünde oder über die Begierden des Fleisches, wandelt im Geist, wandelt mit Gott. So werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das wird sogar als Schlüssel im Sieg gegen die fleischigen Begierden gegeben, dass wir im Geist wandeln sollen. Also nicht nur sagen sollen, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen, sondern im Gegenteil, die Sünde ist in dir am Kämpfen und so weiter und so weiter. Herr, hier bin ich, wie kann ich nach deinem Geist leben? Ich wandel mit dir. Und dadurch wirst du Kraft bekommen und die Sünde wird an Macht verlieren. Das ist das, was die Schrift hier sagt. Und die haben mich so gefragt, ich meine, wandeln, wer kann denn das Wort wandeln? Ich habe überlegt, wann habe ich das Wort wandeln benutzt? Geht das euch auch so? Junge Leute, wisst ihr, was wandeln ist? Weißt du, was wandeln ist? Echt? Chiara, weißt du, was wandeln ist? Ja? Also, ach, ihr seid schon zugebildet. Wandeln. Ich dachte so, wandeln. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, hey Frau, wollen wir zusammen wandeln gehen? Schon ein bisschen komisch, ne? Oder Winnie, hey Winnie, wollen wir uns treffen, ein bisschen wandeln gehen? Schlafwandeln. Lebenswandel, ja genau, Schlafwandeln, Lebenswandel. Und deshalb, ich habe gemerkt, dieses Wort ist normal anders als einfach spazieren gehen. Ich habe hier ein paar so Nümer hier. Also wandeln könnte bedeuten gehen, schlendern, spazieren gehen, flanieren, was auch immer das bedeutet, streifen, ziehen. Also abhängen, 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 aber mehr als nur spazieren gehen. Also vor Gott leben, ja? Und dann weitere Synonymen mit Gott wandeln. Ich habe das mal eingeben, Synonymen für mit Gott wandeln. In Gottes Gegenwart leben. Gottes Wege gehen, Gottes Nähe suchen, mit Gott leben, nach Gottes Willen leben. Also Gottes Wege gehen, Gottes Nähe suchen, mit Gott leben, nach Gottes Willen leben, in Gottes Gegenwart leben. Das ist mehr als nur einmal einen Spaziergang gemacht zu haben, richtig? Das ist mehr einfach als nur ein bisschen Zeit verbracht zu haben, sondern es ist ein Dauerzustand, wo ich vor den Augen Gottes, vor Gott und mit Gott unterwegs bin. Ob ich ihn sehe oder nicht sehe, ich lebe trotzdem vor den Augen Gottes. Ich wandle vor ihm und mit ihm. Und da bin ich heute hängen geblieben mit diesem Satz wandeln. Wie wandeln wir eigentlich mit Gott? Und dann habe ich einfach ein paar Stellen aus der Bibel rausgeholt, aus dem Leben Abrahams, aus dem Leben Noas und so weiter und so fort. Und lasst uns mal davon lernen und uns daran auch prüfen, ob wir eigentlich mit Gott wandeln oder nicht. Das Erste, was ich entdeckt habe, und zwar, ich nenne es mal so, Hörfähigkeit. Sind wir eigentlich noch hörfähig? Im Neuen Testament gibt es einen Satz im Hebräerbrief, denn ihr seid schon träge, träge im Hören geworden. Nee, er hat nicht gesagt, ihr seid schon taub geworden. Taub wäre es ja, ich höre nichts mehr. Träge heißt zum Beispiel, meine Frau empfindet mich oft als träge im Hören. Ja, meine Kinder manchmal auch. Die sagen es mir dreimal und es ist immer noch nicht in der Birne drin. Ich höre es mit meinen Ohren, aber es geht nicht rein. Und dahin können wir auch in unserem Leben kommen, dass wir träge im Hören werden. Und hier heißt es in Genesis Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, dass es da, als Gott Abraham berufen hatte, Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segne dich, segne dich, verflugen dich, verflugen dich, verflugen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Mir geht es jetzt nicht darum, um was dort gesagt wird, sondern hier ist ein Abraham. Hier ist derjenige, der auch benannt wird als jemand, der mit Gott gewandelt ist, als der Vater unseres Glaubens eigentlich und der uns das vorgelebt hat. Und wir hören es im 9. Testament und das Erste, was er tat hier war, Abraham war hörfähig. Er hörte auf Gott. Er gab Gott sein Ohr. Stell dir mal ein großes Ohr vor. Er war bereit zu hören. Er hörte auf das, was Gott ihm zu sagen hatte. Wie ist das bei uns in unserem Leben, in unserem Christsein, in unserem Nachfolgen oder vielleicht auch generell? Hören wir auf Gott? Sind wir bereit, auf Gott zu hören? Hören wir nicht oft auf Medien, auf künstliche Intelligenzen, auf Nachrichten oder die Stimmen von anderen Menschen usw.? Sind wir noch hörfähig für das, was Gott zu sagen hat? Hörfähig für sein Wort? Hörfähig für seinen Heiligen Geist, der zu uns heute noch redet. Hörfähig für die Prediger. Ach, nicht der schon wieder. Ich habe mich letztens mit jemandem aus der MBD unterhalten, einem sehr erfahrenen Mann. Und dann habe ich ihn gefragt, was hältst du denn von dem Prediger, von dem Pastor, von seinen Predigten? Und er sagte zu mir so, meistens hängt das nicht am Prediger, sondern am Zuhörer. Aber der Prediger wird am meisten verurteilt, oder? Eigentlich. Aber unser Zustand, manchmal ist der Zustand so und so und so und so und manchmal nehme ich nichts auf. Manchmal aus dem trockensten Dings, wenn ich so hungrig bin und so was weiß ich, gestürzt bin. Dann diesen Einsatz, ich nehme den auf. Sind wir hörfähig? Lass uns nur mal da prüfen. Hörfähig. Denk nur mal an die Worte von Jesus, die ich vorhin vorgelesen habe. Wären diese Wunder passiert? Hättet ihr nach der Flöte gespielt? Hörfähig. Hörfähig. Und das ist Jesus' Herzenschrei. Sie reagieren nicht mehr. Sie hören und reagieren darauf nicht mehr. Hörfähig. Das Zweite, was Abraham hier zeigt, Genesis Kapitel 12 Vers 4, da zog, nachdem Gott gesprochen hat, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat. Und ich habe es hier für mich aufgeschrieben, nicht gehorsam. Gehorsam finde ich manchmal ein bisschen abstoßend, aber das ist eigentlich gehorsam. Sondern vielmehr, ich habe das so für mich formuliert, Handelsbereitschaft. Bin ich bereit zu handeln? Also Nummer eins zu hören. Wie lese ich zum Beispiel die Schrift? Wie höre ich eine Predigt? Ja, ich kann hören und ich kann dann weggehen und vergessen. Und die Bibel, ein neues Testament, beschreibt das so, als wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Ich habe gesehen, ich bin total zugesaut im Gesicht und dann gehe ich weg. Und ich habe nicht gehandelt. Ich habe vergessen, dass ich dreckig bin in meinem Gesicht. Wasche ich mein Gesicht? Reagiere ich darauf? Und wir sehen, die ganzen Menschen, die mit Gott wandelten, hörten auf Gott. Noah hörte gegen den ganzen Trend, gegen all das, was damals passierte. Und Gott sprach zu ihm, bau einen Kasten mitten im Nirgendwo. Ich werde eine Flut schicken, 120 Jahre lang von jetzt an. 120 Jahre lang baute er diese Arche und er hörte auf Gott und er handelte nach dem, was Gott gesagt hat. Bin ich noch bereit, nach dem Wort Gottes zu handeln? Bin ich handelsbereit? Also lese ich das Wort, ich lese das Wort oder ich bete und ich komme oder zum Beispiel hier in die Anbetung. Wenn wir Lobpreis haben, wenn wir Gott anbeten, bete ich Gott an und bin ich bereit zu handeln? Und ich merke, von meinem Handeln ist oft abhängig, ob dieser Lobpreis gesegnet ist oder nicht gesegnet ist. Ob die Predigt für mich ein Segen ist oder nicht ein Segen ist. Ob ich was von Gott mitnehme, ob ich bereit bin. Und das beeinflusst mein Erleben mit Gott. Hörbereitschaft, echte Hörbereitschaft und auch Handelsbereitschaft. Das ist etwas, was ich an meiner Frau bewundere. Sie ist eine viel bessere Mutter, als ich es jemals sein werde. Die Kinder rufen bei mir nicht an. Ja, weil sie wissen, wenn sie an der Jugendstunde sind und dann rufen sie mich an, dann heißt sie, ja, geh zu Fuß oder komm in den Bus. Und Sarah hat den Namen schon gelesen, die schon am Aufstehen, Schlüssel packen und so weiter. Sie ist hörfähig auf das, was die Kinder sich wünschen und handelt danach. Manchmal bin ich neidisch, dass ich nicht so bin. Dass ich nicht so bin wie sie, meine ich. Aber das ist Handelsbereitschaft, Hörbereitschaft und dann auch Handelsbereitschaft. Dann der dritte Punkt, den wir uns mitnehmen können. Genesis Kapitel 15. Abraham hatte keine Kinder, er war schon alt. Und dann heißt es hier, und er hieß ihn hinausgehen. Also Gott sagt, hey Abraham, komm lass mal rausgehen. Ich weiß, wie das genau funktioniert oder abgelaufen ist. Würde ich auch mal gerne erleben. Dann heißt es hier, siehe gegen den Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er kann gerade gar keine Kinder bekommen. Null, da ist nichts in Sicht. Die sind beide alt, vertrocknet, da funktioniert fast gar nichts mehr. Ja. Und Gott sagt zu ihm, so zahlreich wie die Sterne am Himmel ist, kannst du sie zählen? Ja. Und dann sagt Gott, und dann sagte Gott zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann reagierte Abraham auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dann heißt es dort, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham erlangte den Status der Gerechtigkeit, weil Abraham einfach nur das Wort Gottes gehört hat, diesen Aufspruch, Zuspruch Gottes. Und er glaubte ihm. Und er hat das lange Zeit nicht gesehen in seinem Leben, überhaupt irgendeine Nachkommenschaft gesehen. Aber Abraham reagierte mit dem Glauben. Das Herz verbannt sich mit dem Wort Gottes und antwortete mit dem Glauben auf das. Und Gott sah diesen Zustand von Abraham. Und Gott sagte, Mann, du bist gerecht in meinen Augen, weil du mir vertraut hast, weil du meinem Wort vertraut hast. Also, hörfähig, handelsbereit. Und diese Dinge können wir auch alle nur tun. Wenn das Ganze mit dem Glauben ummantelt ist, glauben wir überhaupt den Wort. Glauben wir in Zeiten der Schwierigkeiten, wenn wirklich alles schlecht aussieht. Glauben wir, dass Gott, wie er es gesagt hat im Neuen Testament, wenn nach meinem Reich trachten wir es, wird dir alles hinzugefügt werden. Ich werde dich versorgen. Macht euch um nichts Sorgen. Glauben wir diesen Worten und diese Herzensentscheidung, die sieht Gott. Und dadurch wird Gerechtigkeit zugesprochen. Wie wird der Mensch gerettet heute in der heutigen Zeit? Er hört von der guten Botschaft, was Jesus getan hat. Und er glaubt dieser Botschaft und er wird gerettet werden. Schon damals, das bedeutete Wandeln mit Gott. Gott zu glauben, seinen Aussprüchen zu glauben. Zwei weitere Punkte, also fünf Punkte sind es insgesamt. Und dann heißt es hier immer wieder, ich habe es so genannt, untadelig sein vor Gott. Untadelig. Hey, du bist untadelig. Kann er mir mal was anfangen? Junge Leute, untadelig? Was heißt untadelig? Keine Ahnung. Früher konnten wir einen Tadel bekommen, oder? In der Schule, eine Rüge, eine Tadel, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Untadelig heißt, man lebt also in Übereinstimmung mit Gott. Das heißt, du wirst, und bestes Beispiel Noah, die ganze Welt ist böse. Von morgens bis abends tun sie nichts anderes als böse. Und da gibt es den einen Kerl, der untadelig ist unter seinen Zeitgenossen, unter den Menschen, die damals gelebt haben. 99,9 Prozent der Menschen, die sind alle Mord, Tod, Vernichtung, Vergewaltigung. Was weiß sich alles, was da für böse Sachen? Diebstahl, Lüge und so weiter. Und hier ist ein Mann, der sagt so, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Willst du, dass ich das tue? Und Gott sagt, äh, äh, okay, Herr, dann werde ich das auch nicht tun. Untadelig sein. Wie ist es, das bedeutet auch, mit Gott zu wandeln. Gott sagte zu Abraham, ähm, als dann vorhin, was ich vorhin gelesen habe, ich bin der Allmächtige Gott, äh, wandle vor mir, Nummer eins. Nummer zwei, sei untadelig vor mir. Noah war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Untadelig sein. Der Wunsch nach Reinheit, der Wunsch nach Heiligkeit, der Wunsch, Gott zu gefallen. Und das kann in allen Bereichen unseres Lebens sein. Das kann, das kann heute die Menschen sagen, was ich fühle, das ist, das ist die Wahrheit. Aber was ist, wenn Gott dagegen stimmt? Wenn es Gott nicht gefällt, sagen wir eben in dem Bereich Sexualität, welches ja großes Thema in der heutigen Zeit ist. Mann, die Welt weiß nicht, wo sie vor Gott steht. Das ist ein sinnflutartiger Zustand, wieder mal. Das ist das, was ein Mensch, der mit Gott wandelt, von dem Stammburg keins unterscheidet. Der Mensch will mit Gott leben. Wenn er plötzlich irgendwas in seinem Leben entdeckt, was Gott nicht wohlgefällig ist. Er will das korrigieren. Er will das nicht im Leben haben. Er will das raushaben aus dem Leben. Sei es Sexualität, sei es Verhalten in der Ehe, Verhalten mit Mann, Verhalten mit Frau, Arbeitskur leben, egal wo, in der Gemeinde. Ich habe den Wunsch, untadelig zu sein. Und das ist Gottes Wunsch auch an mich. Und das, das Letzte, was ich hier noch erwähnen möchte, ist Anbetung. 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 Wir haben vorhin gehört, sie fingen an, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist so die Lebenslinie des Wandelns. Ja, also das ist da, wo der Wandel mit Gott entwickelt wird. Die anderen Technologien. Und hier, wie man Gott näher kommen kann. Guck mal, was die Christen eigentlich für Bücher schreiben eigentlich. Egal, was du für ein Buch nimmst. Meistens hat es was zu tun mit Gott näher kommen, mit Gott leben, mit Gott wandeln. Und bis heute noch. Diese Linie hat sich bis heute noch durchgesetzt. Jetzt, wenige Christen schreiben über, wir müssen technologischen Fortschritt machen und Entwicklung und dies und so weiter und so fort. Nein, sondern das Herzensanliegen ist, wie können wir Menschen dahin bringen, dass sie mit Gott wandeln. Dass sie mit Gott leben, dass sie auf Gott einlassen. Letzter Vers hier, Genesis Kapitel 2, heißt es hier. Danach brach er von dort auf, also der Abraham. Gott sprach ja zu Abraham. Abraham marschierte los, Hörbereitschaft, Handlungsbereit. Und dann folgendes. Dann brach er von dort ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Was? Wer hat das schon vorgemacht? Enosch, Set Enosch zu der Zeit. Tausende von Jahren davor. Hat man das schon vorgemacht? Tausende, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall lange Zeit davor. Hat man es vorgemacht? Und wir sehen hier, dass dieser Einfluss, dieser Linie spiegelt sich jetzt wieder nochmal in dem Leben Abrahams wieder. Ein Lebensstil der Anbetung. Beten wir Gott an. Bleiben wir, zum Beispiel, wir haben hier ein Sommerfest gemacht. Jetzt lass uns doch ein Altar bauen. Zu Hause jeder, wie auch immer zusammen und so weiter. Und dort werden wir Gott anbeten und sagen, Herr, ich bin jetzt mit dir durch dieses Land gewandelt. Ich bin durch das Sommerfest gewandelt. Und du hast mich gesegnet, Herr. Ich danke dir. Was mache ich, wenn ich eine Predigt fertig gemacht habe? Vor der Predigt viel gebetet. Herr, segne mich, segne mich, segne mich. Und danach der Predigt. Zack, fertig. Und dann so, ich bin fertig, kaputt. Mensch, das war's. Ich bin froh, dass der Gottesdienst vorbei ist. Was habe ich für einen Lebensstil? Und das ist das, was wir in Abraham sehen, in Jakob sehen, in all diesen Vorfüdern. Wir sehen, sie haben immer wieder Altäre gebaut. Und haben dort den Namen des Herrn angerufen. Und das bedeutet Folgendes. Das heißt, dass wir Gott suchen. Das heißt anbeten. Wir suchen Gott in der Anbetung. Das heißt, wir haben Fragen, die wir beantwortet haben wollen vielleicht. Wir danken Gott auch für das, was wir erlebt haben. Danken wir Gott für das, was wir in unserem Leben haben. Für die Führung, für die guten Zeiten. Oder sehen wir nur das Schlechte? Oder noch vielleicht das Beste. Geben wir einfach Gott die Ehre in unserem Leben. Für alles, was in unserem Leben passiert. Immer wieder Altäre bauen. Deshalb noch einmal, ich fasse es zusammen hier, damit wir es nochmal mitnehmen können. Sind wir hörfähig? Sind wir handelsbereit? Leben wir im Glauben? Haben wir den Wunsch, untatlich zu sein vor Gott? Und leben wir in einem Lebensstil der Anbetung? Des Lobpreises? Des Dankes? Des Suchens? Des Fragens? Wollen wir? Wollen wir wirklich Gottes Antwort hören? Und das möchte ich uns so ans Herz legen. Weil schon im Neuen Testament heißt es, wandelt im Geist. Das ist eigentlich das große Ziel, die Nachfolge Jesu heißt, im Geist zu wandeln. Wie sieht es bei dir aus? Wandelst du im Geist? Wandelst du im Geist? Oder sind wir genauso wie die Menschen in dem Matthäus Kapitel 11, die die Flöte hören? Gott spielt uns mit seiner Flöte und seine Finger sind schon wund vom Spielen. Und es kommt keine Reaktion. Gott jammert und es passiert nichts. Wir gehen nicht mit. Ist Jesus derjenige, der zu uns sagt, wehe dir, wehe dir, wären diese Wunder in Sodom und Gomorra passiert, wie in deinem Leben? Sie hätten Sack und Asche Buße getan. Und ich möchte uns dazu einladen, dass wir uns mal hinterfragen, mal uns fragen, wandle ich eigentlich wirklich mit Gott? Oder bin ich abgestumpft? Bin ich träge im Hören, träge in meinem Handeln, träge in meiner Anbetung? Ist das Feuer raus aus meinem Herzen? Dazu möchte ich hier auch, genauso wie es Jesus auch getan hat, einladen. Einladen. Dazu ist Jesus gekommen. Er ist von Stadt zu Stadt gegangen, um die Menschen zu einem Wandeln mit Gott einzuladen. Dass sie auf einen Wandeln mit seinem Geist einlassen. Dass die Menschen umkehren von dem Stammbau keins, wo es nur um Innovation geht, um Hightech, um dies und das geht. Aber das Herz ist leer, wenn es um Gott geht. Lass uns das noch mehr lernen. Lass uns noch mehr Teil von diesem Stammbau von Set werden, wo wir lernen, mit Gott zu wandeln. Amen. Ich finde das sehr spannend, was so schon in den ersten Kapiteln der Bibel drin steht. Hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert. Also und interessant, wie sich diese Linie, dieser Fokus des Wandels mit Gott lebens eigentlich durchsieht. Und dass das auch der Schwerpunkt, der Schwerpunkt aller Propheten ist, der Schwerpunkt von allen Schriften ist, der Schwerpunkt von Jesus ist. Das ist der Schwerpunkt, um damit wir wieder mit Gott richtig wandeln. Amen. Ich bin noch mit uns. Dürft ihr gerne aufstehen, einfach nur, um ein bisschen Bewegung zu bekommen. Vater im Himmel, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Herr, dass ich mich in vieler Hinsicht, dass ich religiös geworden bin. Ich lese dein Wort, ich höre Predigten, ich höre den Lobpreis, Herr. Aber mein Herz ist träge geworden, so oft, Herr. Vater im Himmel, ich möchte Buße tun in meinem ganzen Herzen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du wieder neuen Wind, neues Feuer in mein Herz hinein tust, Herr. Dass ich Freude habe, vor deinem Angesicht zu leben. Dass ich gerne mit dir wandeln will, auch wenn alles in dieser Zeit dagegen spricht, Herr. Auch wenn ich dumm bin in den Augen der Menschen. Herr, so möchte ich trotzdem in deiner Gegenwart vor deinem Angesicht leben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und hilfe uns durch deinen Geist, dies auch in unserem Leben zu sehen. Dass wir vor dir wandeln und dich mehr und mehr erkennen und erleben. Im Namen Jesu. Amen.